Es hat doch volles Waffen-Upgrade jetzt gekriegt, oder? Johnny, ich hab mit deinem Freund Jim geredet und er meint, dass du Arbeit brauchst. Er schickt Mark auch vorbei. Trifft dich bei meinem Papa. Das war doch der mit dem Rohrbomben, wenn ich mich richtig erinnere. Aber erstmal brauchen wir wieder ein bisschen. Na? Munizio, natürlich. So muss das. Oh, dann fahr zu Terry, los jetzt. Ich hab nicht ewig Zeit, also drück mal ein bisschen auf die Tube. Na toll, jetzt muss ich über irgendwelche Mauern klettern, oder was? Sehr öffentlich der Platz eigentlich. John, I reckon I'm better equipped here than our boys overseas. Fuckin' Disgrace. Here she is. Terry, man, you're cool. So, gucken wir mal. Ähm, das brauchen wir erstmal wieder ein bisschen. Dann brauchen wir ein bisschen davon. Und Raketenwaffe kann ich mir leider immer noch nicht leisten. Na, ein paar Rohrbomben haben wir nämlich mit. Wir holen sich ihre Weste und jetzt hab ich mir, hab ich, was, wo ist mein ganzer Kohle hin? Egal. Taxi. Taxi. Ich will ein Taxi haben. Oh, please, help me somebody! So. Ich find's ja interessant, sonst fahren wir immer überall Taxen rum, aber diesmal irgendwie nicht. Aber wir suchen mal, vielleicht finden wir doch noch hier irgendwo eins. Aus dem Weg. Davon ist doch eins. Komm her. Komm her, komm her, komm her, komm her. So. Taxi. Äh, ja, da fahren wir mal zu Elisabetta. Und schauen mal, was die gute Dame für uns an Arbeit hat. Ja, halt an, danke. So. Heavy, tall. You know, Chico, hold up, where do you think you're going, man? You gotta hold up in here, I'm talking to you, all right? Back off of him, you stupid shit! Can't you tell the difference between a narc and one of my upstanding business associates? I'm sorry about Andreas here. It's impossible to find good help in this city. I'm not supposed to... Don't worry about it. Hey, yo. What up, Johnny boy? What up? Talk to you, girl. Let's make it happen, Captain. I didn't think you lost bikers got down with people like Mark here. Then with their sports bike, you with your joppers. And looking at the two of you, it don't make no sense to me. It's a crazy city. Well, this is crazy times, Liz. There's a recession going on. And in this troubling economic climate, you gotta make compromises. Mal-care is my compromise. Hey, yo, fuck you, clown. You can compromise these nuts. Give me something. Also, die ganz normale Bevölkerung von Liberty City. But I ain't they fucking bitch, okay? They bribed the guard on the Eastboro Bridge to let them through without checking their law, right? You guys is gonna go down there and tear them apart. Entiende? There it is. Now get the fuck out of here. Yeah. Okay, ma. Peace. Immer mit der Ruhe. Was ist denn jetzt schon wieder? Ja, wir rufen Terry an, Vorsitzender, weil er kann ja nicht schaden. Aber das bei jeder Mission zu schreiben, finde ich ein bisschen albern. Alles klar. Okay. Okay? Alles klar, wow. Da seht ihr mal, nicht alle Biker sind böse. Dann kommt eine Frau und ein Kind und... Boah, scheiße! Man, you look good in that booth. You should think about a second career. Give me some cover. We're about to see what we're made of, people. We just need the shipment, okay? Psst, Ruhe jetzt. Okay, jetzt da war. Oh, what the fuck? Wo stand denn der? Okay, ich glaube, dass wir das... Also, die Street Sweeper ist ja auf jeden Fall ein richtig nettes Gerät. Aber verdammt, what the fuck, man. What the fuck, man? So. Komm, wir versuchen das jetzt nochmal. Schön ist ja. Ich mach das jetzt auf die altmodische Art. Ja, ist ja okay. Mann, das ist auf die altmodische Art und Weise. Ist mir egal, ob ich den Konvoi jetzt aufgesteckt habe. Solange ich die mir einigermaßen vom Leib halte, passiert mir eigentlich nichts. Ich würde sagen, das hat doch wesentlich besser geklappt als mit der Street Sweeper, ne? Finde ich zumindest. Lebt da noch einer? Nö. Dann besorgen wir uns mal den Van. Dann holen wir mal Merkab und hoffen mal, dass das einigermaßen jetzt klappt. Oh, verdammt. Ja, ich versuch's ja. Mach dich locker. Erstmal richtigere Radiosender. Wenn wir schon die Bullen loswerden müssen, dann nur mit dem richtigen Radiosender. So, sind wir eh gleich los. Alles klar. So, Malcolm, ich habe eine Frage für dich. Schau mal, Jonathan. Schau. Well, Malcolm, das ist deine Crew. Die Uptown Riders. Sind Sie ein Motorcykelklub wie wir? In den Ängen der Tod? Ich weiß nicht. Ich meine, wir fahren Bikes. Wir fahren hart. Aber das Problem ist, wir tragen nicht fancy Dressen oder machen pinkie Fingershakes oder so. So, ich weiß nicht, was das macht uns. Wir sind adults hier, Malcolm. Allegedly, Johnny Boy. Allegedly. So, wir lassen uns nicht das Dissenten in eine Argumente. Über die Mehrheit der guten American-Machinerie-Versus-Foreign-Plastik-Fantastik-Craft. Oder, warum Sie sich wie Rejekte von ein Bondage-Klubben. Oder, warum Sie sich wie die Republican-Spacern-Range-Range-Range-Range-Range-Range-Range-Range-Range-Range-Range-Range-Range-Range-Range-Range-Range-Range-Range-Range-Range-Range-Range-Range-Range-Range. Das ist ein Teil unserer Vibe, Mann. Roll mit dir. Die Vibe? Ja, Mann. Die Vibe. Das ist wie wir tun. Du weißt, wir sind eine komplette Sub-Kulture. Wie Sie damals damals waren, in etwa, was, 1963 oder so? Completely fucking Lost, wenn Sie mich fragen. Wir haben immer noch ein Herz, Mann. Die Lost-MC sind immer hier. Wir sind einfach nicht auf die TV-Machinerie-Range-Range-Range. Aber ist das hier nicht die Werkstatt, wo wir dann ganz am Anfang des Spiels waren? Alles klar. Ah, das Bike. Ganz zufälligerweise ist da ein Bike. Alles klar. Alles klar. So, Taxi brauchen wir nicht, weil das ist ja hier gleich um die Ecke. Aber schön, dass wir hier einen sehen direkt. Ich wundere mich ja, dass wenn ich mit einem... Wow. Dass wenn ich mit einem Motorrad frontal im Taxi fahre, ich zum ersten auf drauf sitze und vorne das Rad keinen Achter hat. Ich weiß auch ganz klar, dass ich mit meinem Fahrrad immer gegen alle möglichen Wände gefahren bin. Ich hatte so viele Achter, das war echt nicht mehr schön. Naja. Martha, full of grace. Ja, ich kann... Hey, speak up. Ich kann nicht hören, was du sagst. Oh, es ist ja. Was ist das? Was ist das? Nein, es ist für ein Moment, Frau. Nein, all du musst tun, ist es gehen nach Kostum und du bist frei. Es ist gut. Ja, ich will dich bald. Und nicht über meine Freundin, Johnny. Er ist, er ist, er ist, aber er will, aber er will nicht. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho. Andreas! Hey. Hey! Why do I pay you to protect me when you don't do nothing? I was in, in the kitchen, I was doing the thing, and I was coming. I don't know fucking excuses. Get the fuck back in the kitchen. Pero... Alter. Jesus! Hey, Johnny boy! Er... Vielen Dank.